moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 so da vorne muss irgendwo ein hülleneingang sein also beziehungsweise ein grab wo ich hin muss und den troll müssen wir erstmal bekämpfen okay jetzt hat er mich einmal erwischt so den haben wir irgendwie ich mag kämpfe mit dem tollen ihm schon ein bisschen ich mochte die in gothic 2 irgendwie viel lieber wir haben ihren grundstatt eingesammelt hat nicht schön hier spreche ich auch einmal weil ich jetzt nicht mehr weiß was da alles auf uns zukommt was er will sein katzen auf jeden fall und und dreck schamane mehr so weg mit denen die kleinen können wir eher weniger was die schwarzen goblins zumindest noch mit ihren schwertern und die anderen auch keinen schaden so okay hier können wir aber pflanzen fressen ernähren wir uns mal vegan ausnahmsweise so dann hier wieder alles einsammeln würde ich sagen so kommt zwei essen wir noch so jetzt aber immer zuerst die schamanen angreifen ist die strategie wo ich muss aber auch ehrlich gesagt nein nicht zum voll okay haben wir was zum grill wenigstens ja zum grillen haben wir wenigstens was das heißt das können wir noch mal speichern und gucken was da noch auf uns zukommt ich glaube ich war noch eiswölfe ok so und den können wir mit schwert so da dürfte jetzt kein weiterer mehr von denen kommen aber eisgolens waren doch glaube ich hier irgendwo noch ich speichere noch einmal vorsichtshalber immer beziehungsweise sind wir vielleicht sogar schon dran vorbei war es hier vielleicht der eingang oder ist da oben oder ist da oben ich habe hier noch einen goblin übersehen kurs hier war kein kein eingang noch mal speichern nur um sicher zu gehen so und da ist eigentlich das große ork lager dann müsste eigentlich hier wirklich der turm von xadas sein vielleicht ist das sogar stehen die schon da das finde ich gut dass das geklappt hat dass wir einen anlocken was bist du denn normaler krieger so holen wir den nächsten oder die nächsten da könnte eine höhle sein grab ok 3 3g wir sehen schon doch ein bisschen verschieden aus haben zwar dieselbe rüstung aber vom kopf her doch sehr verschieden da so da war ein bisschen übel so und so dann können wir noch mal voran so die pflanzen das speichern wir mal und dann holen wir uns den nächsten der anführer soll bitte nicht in meine richtung kommen wieso läuft er hier entlang wieso läuft er hier entlang so vielen mal auf eimet auch du siehst son Okay, Anführer. So. Auch erledigt. Und nochmal hier. Und speichern. Dann haben wir gleich die Straße für einen bestimmten Bereich frei. Jetzt nur noch der da hinten. Und da oben auf dem Turm halt, der eine. Du bist kein Gegner für dich. So gehört sie da. Wie sieht's da aus? Ich werde dich zerspüren. Stehen bleib, Mora. Da bist du ja wieder. Komm her. So. Holen wir den hier mal ein bisschen runter. Und schicken ihn mal hier hin. Soll er hier mit mir campen? Ich wollte den Krush Barok feichern. Jetzt ist die Frage, wie viele sind denn da vorne? Und hier sind ja mehrere Ork-Lager. Da hinten kommen ja auch schon wieder welche. zwei Schamanen. Drei Schamanen. Weißt du was? Ich wäre nicht zerstört. So, nochmal so. Scheiße. Ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft. Es hätte so schön werden können. Okay, noch ein Versuch. Vielleicht. Auf diesem Weg? Ich versuche mal so viele, wie möglich, von denen jetzt. Genau, Ziel auf ihn. So, speichern. Level up. Hab ich dich endlich. Ja. Natürlich mit der Armbust. Womit auch sonst. Bleib stehen, Mama. Hab ich dich endlich. So, ich versuche den hier auch nochmal wegzulocken. Soweit es geht hier hin. Jetzt kann ich die anderen looten, die hier rumliegen. Die Leutchen. Also, das war ein Bolzen. So, nochmal ein Stück Fleisch. Ich brauche wieder Heiltränke eigentlich. Und speichern. Versuche ich mal, den Stamm anzulocken. Ah, die mit ihrer Heilungsmagie. So, wenigstens bin ich den jetzt losgeworden. Ersten sind wir los. Versuche ich mal den nächsten. Oder die nächsten. Hab ich dich endlich. So, Schamanen weg. Geh auf den Schamanen los. Okay, hier trifft er mich zum Glück nicht. So, auf den Schamanen. Scheiße. Dann wird nix. Ich hätte es speichern sollen, nachdem ich den anderen da erledigt habe. Also, ich habe den einen da. Oder ich lock die beiden hier einmal raus. Okay, ähm... Ah, ne, warte. Warte, ich hätte Fleisch essen können. Okay, egal. Jetzt habe ich den Heiltrank genommen. Da speichern wir. Wir haben den einen wieder. So, ja. Ähm... Boah, das ging dann nie. Zum Glück. Alter, und der ging um die Kurve? Ernsthaft? Der Schuss ging um die Kurve. Geht mir das auf den Sack, wenn die um die Kurve schießen können. So, was ist mit dir? Kommst du? Ach so, du bist nun später. So, und nochmal ein Stück Fleisch. Apropos, äh... Wie viele Lernpunkte haben wir? Ja, 16. Ja, leck mich doch. Wenigstens den habe ich. So, wir können wieder was essen. Wir werden jetzt erstmal nicht angegriffen. So. Pflanzen. Essen mal einen Salat. So, einen noch. Und speichern. Die Schamanen sind da los geworden. So, da vorne lag aber auch noch einer, der hatte nur was. Der hier. Dann haben wir hier alle erledigt. So, nochmal ein Stück Fleisch. So. Ich weiß nicht, ob da drinnen noch welche gibt's. So, aber den looten wir. Hier haben wir das. Das eine Grab, das wir suchen. Was haben die Orks bewacht? Ist das das von Akasha? Ich finde Akashas Grab. Das ist Akashas Grab. Der hat er sonst nichts okay. So, jetzt kommen wieder mehrere Tote. Da. 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 Da liegt sein Schwert. Und sein Bild. Ich speicher einmal. Ich glaube, Akashas Grab sind wir nicht mehr. Da. Toll. Super gelaufen. Hat er mich doch noch erwischt. So. Und ist das da? Das ist dann Akasha, glaube ich. So, kamst du? So, kamst du? So, vielleicht nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie stark Akasha ist. Aber viele Gegner sind hier jetzt auch nicht. Akasha. Okay, Akasha ging schnell. So, gibt es noch jemanden? Runensockel. Da kann man einen Stein einsetzen. Okay, Neukwester, einen Stein benutzen. Er passt. Okay, warte. Das ist Akasha. So. Dein Fleisch gehört mir. So. Und Aranus Ring. Maximal Mana plus 50. Finde die göttlichen Ring der Magie. Finde die 5 Artefakte Aranus. Wir haben alle Artefakte von Aranus. Nice. Soll ich damit zu Saturas dann gehen? Was ist denn da hinten? Da kommen noch mehr von denen. Ich finde das schon mal nice, dass wir alle Artefakte haben schon mittlerweile wirklich alles gefunden, was wir finden müssen, oder? Die Feuerkerlchen, die Artefakte. Einzige, was wir noch nicht gefunden haben, ist Xardas. Nur Xardas fehlt. Den haben wir noch nicht gefunden. So, einmal speichern. Ich will da noch mal weiter rein. Obwohl da sie sich noch was rumliegen. Ne, ist doch nichts. Sind vielleicht doch ein bisschen viele, die jetzt kommen? Nein. Obwohl noch mehr? Nein. Das war's. Okay, ich sammle hier eben noch mal ein. Alles. Okay, mehr gibt's glaube ich nicht. Ich glaube, das war's dann hier. Ja, erstmal eine Bleibwand zu verblenden. Das ist wichtig. So. Ich brauche einen Dietrich. Ich bereue es gerade, dass wir gar keine Dietrich hier haben. Gibt's hier noch irgendwo eine Fleischpanze? Hier. So. Hier müssten auch noch irgendwo welche rumlaufen. Denke ich zumindest. Nee, der ist schon tot. Okay, ich glaub, das war's mit dem Fleischpanzen. Dann gehen wir raus. Nice. Einmal speichern. Haben wir Akashas Grab gefunden. Jetzt müssen wir nur noch Xalas binden. So, hier können wir noch mal kurz nutzen. Ich glaube, ich hab da jemand noch gesehen. Ja, da ist noch jemand. Ja, da ist noch jemand. Was ist noch jemand? Und jetzt haben wir noch der Eisbolem. Oh. 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 die säbelzahnkatze die säbelzahnkatze muss ja auch noch irgendwie loswerden bevor die mich sieht noch mal kurz speichern erst mal vielleicht schwächen so nein so da war noch eine ok wo ist die hin so das war jetzt doch das war jetzt sehr doof ja ja haben wir doch noch geschafft und speichern so aber ich glaube immer noch dass wir hier irgendwo die 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 den die 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 So, da haben wir noch ein bisschen was zum einsammeln. Und ein bisschen Fleisch wieder und speichern. Ah, hier. So. 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 mal ein stück fleisch mal gucken was da uns jetzt entgegenkommt nur ein eiswolf ein einsamer eiswolf säbelzahnkatze da auch wenn ein schluss daneben ging aber egal den sammeln wieder ein so da dürfte jetzt aber keine katze mehr kommen hoffentlich so was ist mit dir hat er einen namen da ist nur ober ok da 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 jetzt du so komm alles mitnehmen und kommen wir essen wieder den salat ich glaube das wird einfach nicht weniger mit dem salat so so und hier ich würde gerne wissen wo jetzt das ist also wir sind hier schon an so einer festung von schluss hier sind die schluss stark bedingt ja dann komm her ist er vielleicht da oben irgendwo ich würde gerne wissen wo er ist hier ist auf jeden mal wieder eine stadt von denen also eine orkstatt so ich muss einen kleinen break machen ich bin sofort wieder da bis gleich so da bin ich wieder ja sorry für die kurze zerbrechung aber wir machen hier jetzt weiter und sehen so dass mich hier vielleicht mal alle ausschalten von den orks kommt er näher das ist dieser eine angriff immer so noch einen hinterher sitzt ganz komisch ich werde dich zertreten okay jetzt kommen die zu zweit dann ist es heute da komme ich jetzt zu zweit so da da Und wo kommen die jetzt? Haben die dann alles mitbekommen? Wie haben die alles mitbekommen? Okay, jetzt geht hier auch wieder los. Scheiße, wo bin ich wieder reingeraten? Komm, die kommen jetzt alle, glaube ich, wieder mal. Schamane. Vor dem Schamanen muss ich weg. Kann ich noch etwas trinken, bevor die alle hier sind? Ja. So. Dann nochmal so einen Heilpflank. So. So. So ist der da? So, da ist ein Anführer. So. Du bist kein Geldknöppel. Ich will nicht zertreten wie einen Baum. Da. 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 Gefällt mir gerade gar nicht, aber. Oh, noch so eine Gliese. Ne, das ist nur ein Speer. so mit Speer Okay, nochmal Flucht ergreifen. Hier nochmal was trinken. Jetzt habe ich ein kleines Problem, einmal vielleicht speichern, sicherheitshalber. Weil ich jetzt schon einige erledigt habe. Sind da oben noch welche? Ich glaube, da oben ist jetzt keiner. So, den sind wir losgeworden. Warte mal, vielleicht renne ich nochmal eben. Oh, da sind auch noch welche. Okay, ein bisschen hektisch hier. Hier, die werden eh gleich einmal kurz anhalten. So, und jetzt geht wieder. Oh, da fängt schon sehr gut an. Einfach an allen vorbeispringen. So. Und hier. Den und den. So, nochmal was futtern. Von hinten kommt keiner. So. Wer kommt von wo? Wie viele wollen noch kommen? So. Nehmen Sie mal los? Ja, komm, lass mich vorbei. Einfach vorbeilassen, ja? So. Und noch ein Energy. Schön, dass die auch immer warten. So. So, der Anführer ist jetzt bei mir. Dann renne ich lieber vorbei. Geht super los hier. So, nochmal kurz was snacken. Das sind aber auch echt zu viele hier. Warum habe ich kein Feuerregen? Wieso bin ich kein Magier? Ich bin kein Magier. Ja. Nee. Da. Ich bin kein Magier. So, von hier sind aber dann alle dort, oder? Ach, das ist... Das ist nur eine... So. Okay, einmal kurz irgendwie so einen Weg nehmen. Energy? Und noch mal so einen Halt lang. So. Ersten haben wir wieder. Den nächsten. Und wo kommen die alle? Ja, komm, fährt den Planeten heran. So. Okay, noch mal kurz rennen. Bis hierhin. Das ist nicht die schlauste Strategie, die ich hier mache. Aber dennoch, irgendwie... Irgendwie schaffe ich es immer. Mit dieser Strategie. So. So, einmal kurz rennen. Da hinten kommt wieder einer. So, und... Energie wieder. Okay, die stecken fest. Ähm... Ich versuche mal, da hoch zu gehen. Noch mal einen Heilkrank nehmen. So, wie viel muss ich von denen erledigen? Damit die alle jetzt... die Flucht ergreifen. Ist alles ganz doof, dort in der Mitte zu sehen. So, der nächste ist tot. Da. 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 So, nochmal kurz abhauen. Damit ich mich nochmal kurz aufladen kann. Ich werde nicht werden. Du bist kein Gegner für mich. So. Und Energie. Da. 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 Einmal wieder vorbei. Wo ist denn der Anführer hin? Ähm. Genau, jetzt. Ja. Okay, der liegt. Jo. Weg, 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 weg. So. Echt jetzt? Was soll denn das? Ja. So. Null Energie. Ach nee, der Anführer kommt jetzt auch noch. So. Ähm. Da, da. Da. So. So. So, könnt ihr jetzt nicht die Flucht ergreifen? Der Anführer ist tot. Ihr habt keinen Anführer mehr. Vergreif die Flucht, bitte. Ich hab nichts gestört. Ich hab nichts gestört. Ich hab nichts gestört. So. Da. 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 So. Wie viel darf ich noch erledigen? Oder wie viel muss ich noch erledigen? Da. 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 Schnell. Ich werde dich zerschmettern. Ich werde dich zertreten. Ich werde dich zertreten. Hier im Morgen. So. Und noch einen. Und speichern. Wir haben schon viele erledigt. so lange brauchen die, bis sie kommen. So. Komm. Ihr seid nicht mehr so viele. Alter. Was war das denn jetzt? Jetzt muss ich noch mal ein bisschen abbrauen. Ja. Wir haben es geschafft. Äh. So. Okay. Nice. Hat aber auch lange gedauert mit denen. So. Also Xardas finden wir jetzt wahrscheinlich diese Folge nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber ich sammle hier zumindest noch alles ein. So. So. Hier auch nochmal. So. Und hier. Hier auch. So. Alles mitnehmen. Ich bin nur noch am Krieg führen hier. Ich bin nur noch am Krieg. Ist irgendjemand runtergefallen? Ich glaube nicht. So. Hier auch nochmal. So. Hier auch. Was. Achso. Ich wollte schon sagen. Hat Mahiden da. So. Hier waren auch noch ein paar. Ich getötet hat er hier. so ich hatte aber gedacht gehabt hier wäre vielleicht eine richtige obstadt oder so gut dann hat er noch was ja das ist nur ein riesen lager von denen so gibt es da oben jetzt ein turm zu erkennen irgendwo oder da unten so eisenheim ich höre schon was groß ist so ich weiß jetzt nur nicht wo ich lang muss zur katze noch mal kurz speichern bzw ich hätte jetzt kurz leben aufladen können so wir haben 502 von diesen pflanzen vom salat wenn wir den ganzen salat essen das wäre es jetzt wenn wir genau folge 100 xa das finden ein essen wir noch so und jetzt speichern wir noch mal beziehungsweise das machen wir jetzt eigentlich auch wirklich in der nächsten folge gehen wir den weg hier weiter und suchen xa das ich hoffe wir finden ihn jetzt wirklich wir sind jetzt stark noch hier alles auseinander zu nehmen daher vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin's euer max deus und ciao ich und ich Untertitelung des ZDF, 2020